Schaust du dieses Jahr noch Germany's Next Topmodel oder ist es out? Ab und zu, wenn gar nichts anderes im Fernsehen kommt. Guckst du dieses Jahr Germany's Next Topmodel? Ja. Guckst du es jedes Jahr? Nein, überhaupt nicht. Dieses Jahr mal wieder. Ich weiß nicht warum. Gezwungenermaßen manchmal. Mit meiner Freundin halt. Nein, noch nie. Gar nicht? Das ist mein Ding. Nein, ich werde auch von niemandem gezwungen, das im Abendprogramm einzuschalten. Ja. Ja. Ich schaue es mit ihr. Ich will mich jetzt hier nicht outen. Nee. Gar nicht? Nee. Also findest du, das kann man schon noch anschauen. Das ist noch nicht durch. Ja. Ja. Manchmal denke ich mir, was ist da los? Nee, irgendwie nicht. Dieses Jahr nicht. Ich nehme mal an, wenn es sich nicht tragen würde, wäre es schon längst abgeschafft. Ich fand es jedes Jahr interessant, weil es schon immer abwechslungsreich ist, gerade durch die anderen Menschen, die da hinkommen, also die anderen Mädchen. Die ersten zwei Sendungen habe ich schon noch geguckt, aber jetzt sind wir ein bisschen zu blöd geworden. Ja. Es wird sehr reduziert eigentlich alles auf so eine Oberflächlichkeit und dort sitzen dann einfach drei Personen, die vielleicht in dieser Branche was zu sagen haben oder sich dort auskennen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der Maßstab für Schönheit ist und für das, was man erreichen sollte oder was wichtig ist im Leben, glaube ich, ist das eher nicht sehr zuträglich für alle, die das auch gucken und sich das auch zu Herzen nehmen, denke ich mal. Ja. 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 Ja.